wir haben alle gegner getötet wir haben jetzt mal luft hier bisschen ich glaube so viel gegner ich hatte gedacht so gerufen gegner aber scheinbar tut das doch in keiner gegen keine ach hier hinten steht hier hinter stand der sack ok keine sorge wir haben luft ich arbeite mich jetzt hier ist es hervor wir gehen es beim sind waffen zerstören falls wir das in ruhe dürfen ich denke wir haben alle gegner getötet da ist so eine reine da statt der sollen sie ruhig ankommen sollen sie mal Oh, wer ist der zweite Sucherwerfer oder was? Ich glaube, ich war eben schon dran an denen, ne? Ich bin mir zählen. So, den haben wir auch geholt. Ich bin mir zählen. So. 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 Tod. Die Batterie tot. Da sind wir hinter den Fässern heute. Ich verbote. Was ist der denn? Jetzt ist er tot. Das ist doch schön und tötest du ein und weil wissen sie wo sie sind, kommen sie direkt alle auf dich zu, glaube ich. Das macht das so viel einfacher gerade. Das macht das so viel einfacher. Aber den wird es, den interessiert das Herrlichkegel, wie gesagt, glaube ich nicht mehr. So, dann legen wir das Boot mal haben. So, dann können wir das. so fallen lassen und das Gute ist, wir haben ja wir bekommen noch Gegner ich glaube, das kann sein, dass ich den jetzt gerade in den Augen gekriegt habe damit so 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 leck mich doch, ich hätte den Wasser glauben danke so wir gehen kein Risiko ein so so wir nehmen jetzt mal den Motor runter so 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 Ah, das ist absurd. 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 Das ist absurd. Ah, 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 das ist absurd.